Ja, ja, ich weiß, dass wir zum Comstocks Haus gehen müssen, aber... Wo? Ach, hier. Danke hier. Der Rauch hier schon reinkommt. Ich bin ziemlich übel eigentlich. Klingt gut, ich muss hier nur noch Salz zu mir nehmen. Ist das Schüßler-Salz? Ist gut. Das Schüßler-Salz. Hm. Toll. Das hat sich ja gelohnt. So, dann jetzt... Das ist da... Da waren wir gerade. Ja, dann können wir ja nur hier lang. Oder wo... Ich könnte auch nochmal eine Runde fahren. Warte mal, einmal fahre ich noch. Ich würde ja nicht wissen, ob ich irgendwo... Nach einer Tür sehe, wo es vielleicht zu den Box Pop B geht. Ich würde mir ja ungern entgehen lassen, den Spaß. Die schöne Secret Area ein bisschen abluten noch. Das sieht hier aber alles nicht hinter danach aus. Da war das. Da geht's zum Comstock. Jetzt geht's nach oben. Da waren wir gerade. Da geht er nicht runter. Da will er nicht. Das bringe ich einfach so nochmal hier hin. Gucken wir das selber nochmal an. Da ist der Fahrstuhl abgekracht. Alles klar. Dann sind wir eigentlich soweit, glaube ich. Dann gibt's ja nix mehr. Hey, girl. Das war schlau. Sie macht vor, wie man's richtig macht. Scheiße. Vielleicht finden wir ja noch... Wie gesagt, manchmal kann man ja gar nicht alles nüten, weil man einfach voll ist an Health. Aber deswegen kann man's ganz gut dann nochmal machen. War jetzt einer von euch... Schafzahn vielleicht... Ach nee, der war Schaf... Schafzahn ist erstmal AFK. Ähm... Wo ist denn hier der... Ich meine, wir haben hier den... Das Ding gefunden zwar, aber... Ist ja jetzt wieder so, dass ich eigentlich nicht zurückkomme. Also muss es ja hier in diesem Gebiet sein irgendwo. Vielleicht kommt es ja nicht. Aber hier ist es ja nicht. Wir haben quasi nur erfahren, dass es das jetzt irgendwo gibt. Aber wo ist die Frage? Hier war Monsieur Fireworker am Start. Ich glaub hier gab's nix mehr. Nee... Warte hier wieder. War nicht. Wird auch sofort aufzurennen wenn ich aufhöre zu rennen. Das ist schon... Schon beachtlich. Warte mal, jetzt nochmal kurz hier. Vielleicht sagt sie ja hier irgendwas. Ist hier noch ein Button wieder? I don't see no button. No button at all. Ich glaube, das war ich ja auch nicht. Das ist hier nicht. Da sehe ich auch nichts. Hier gibt es jetzt gleich wieder Gegner. Das rieche ich irgendwie schon. Da blinkt was. Oder auch nicht. Ja, und da ist wie gesagt der... Da geht es zum Fahrer. Weißt du, jetzt haben wir wieder Leben. Alles gut. Komm schon, Elisabeth. Fühl mir mal. Wurden die gerade erschossen? Hä? Was war das denn? Sind die gerade einfach so... Oh nein. Ja, na klar. Danke. Ja, ich beeil mich schon, meine Liebe. Gibt schon Vollgas hier. Oh, hier ist ein Locker. Oh, hier ist ein Locker. die die ganze Nacht benutze ich halt nicht bei Emotions und so wartet mal damage boost okay Okay. Das weiß ich, was mit denen gerade passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sind einfach umgefallen, waren tot und haben Geld hinterlassen. Eigentlich ja nicht, aber... Nun ja, ich will sie smile. Klingelingeling, das klingelt wieder. Hier kann man echt ne Menge Geld holen. Ich muss eigentlich nur kurz gucken, wo es blinkt. Guck da. Hätte ich das gar nicht gesehen. So, gehen jetzt hier in jedes Türchen rein. Ich will natürlich das finden. Gelb und Poe können wir auch mal mitnehmen. Das wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller, so einen Laden einfach mal stehen zu lassen, falls man hier später zurückkommt. Aber weiß ich ja auch nicht. Was haben wir hier? New shirt, Skyline accuracy. Creases weapon accuracy und Skyline... Ne. So oft bin ich hier nicht an den Dingen. Vorhin wäre es natürlich ganz cool gewesen, aber... So, ja, war... Guter Laden. Da war die Frau drin, ne. Machen wir gleich. Briefkasten durchsuchen. Was denn? So, aha, ist so so. Muss ich mal sehen. Ne, ist einfach nur noch ne Speisekammer hier. Hm. Die Tusch des Letters, können wir da nachgucken. Ich wollte aber hier noch hoch. Ähm, warum bin ich jetzt hier hoch? Also was... Hat das jetzt konkret gebracht? An neuen Wegen hat das doch überhaupt nichts eröffnet eigentlich, oder? Oder ich bin mal wieder zu doof. Guck mal, dass ich lieber erstmal von unten habe. Tür sieht zu. Da blinkert's. So, dann jetzt noch mal zu den Letutschen, die da ist. Check echt nicht, ist hier irgendwie was drauf, oder was? Muss ja einen Grund geben, warum man hier so lang hooken kann. Ich sehe aber auch keinen neuen Hook. Vielleicht könnte ich hier noch einen hin machen, oder sowas. Hm. Ach, hier war der Gemüseladen da, mit dem Dingens. So, das ist gut. Go ahead. Da war mir schon dran, oder? Go ahead. Ich werde gut sein. Ich muss doch Grüne geben. Wie diese... Was war das denn? Wie hat mir das da angezeigt? Na gut. Leben ist wieder auf dem Keller. Macht aber nix. Wenn ja hier nochmal... Ich dachte, hier könnten noch ein paar Äpfel irgendwo oben liegen. Alles nicht hier. Ne. Konserven kann man nicht essen. Schade. Schade. Okay. Geht auch nicht. Da liegt auch nix. Das sieht krass aus, aber das nicht weiter brennt. Die liegt wahrscheinlich auch am Parallel-Universum.